...Busen und die Weichtein 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 Man muss ja schon schreien, dass man normal reden kann Achso Wenn er nur noch schreit Irgendwann kann man auch nicht mehr schreien, weil nur Schrei geht Fiesa Rutsch Fahrrad und der Rutsch Fiesa Rembel Zur Weiberhund für Membel He Bei der Post gibt es auch noch Tiggerstimmel Wau, wau, wau Toni ist schon getäuscht, was? Kacki Herr Strommel! Ja, der hat jetzt die Mumu Herr Strommel! Der hat jetzt die Mumu Was ist denn der denn? Ich würde eigentlich sagen, die Mumu hat jetzt die Mumu Das hat noch bestimmt gut Das Video hat was Sag ich nur Fotze lecker Fotze lecker Fotze lecker Pfff Fotze lecker Fotze lecker Fotze lecker F